Du bist ja auch schon bei Stufe 2, ne? Also bei, was ist denn das? Prestige-Rang, ne? Ja, ja, ja. Ich bin ein drunter. Kommt bestimmt auch bald dann. Ja, ich weiß gar nicht welches. Ach, ich bin Rang 87, das dauert noch ein bisschen. Ja, okay. Bis 100. Kommt drauf an, wie schlecht wir sind. Ja, stimmt, ja. Ja, aber letztes Mal, ich hab mich so geärgert, ich hatte letztes Mal bei den Aufnahmen irgendwie mein Mikro gemutet irgendwie, also in OBS und musste dann die zwei Stream-Videos löschen, weil wir haben da zwei richtig geile Runden hingelegt, fand ich. Die waren richtig, richtig gut. Mhm. Ne? Ein bisschen geärgert, aber... Naja, passiert. Ja, auf jeden Fall. So, auf dem Handy läuft's auch, mal so zur Kontrolle. Ausgezeichnet. Ja, wunderbar. Wo glänzt sich denn heute so im Gesicht? Ja, Speckmantel. Aber auf Steam gibt's ja auch im Moment einen Haufen Demos, ne? Hier dieses komische... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Diese Aktion. Ah, ja, ich hab irgendwas... Steam-Spiele-Festival, ja. Da gibt's einen Haufen Demos. Manche sehen echt interessant aus. Ich hab mir drei runtergeladen. Ja, ich werd jetzt auch nochmal... Ich überlege auch, ähm, mal gucken, wie es mir so... Ähm, wie das zeitlich alles so passt, weil eigentlich wollten wir heute zum Sport, wollen aber morgen, weil meine Schwester halt immer noch krank war. Ähm, aber ich werd die Tage auch vielleicht mal so ein Video wieder für YouTube einfach aufnehmen, ne? Ja, könntest du ja machen. Genau. Also nicht nur streamen oder so, sondern halt auch mal so. Du kannst ja wenigstens mal eins die Woche oder so raushauen. Genau, ja. Das wär auch ganz cool. Ich hab auch einen Abonnenten dazu bekommen, von 82 auf 83, äh... Ja, hatte ich gesehen. Ja. Wer weiß, wo der herkommt. Ja, das sieht da hinten schön blau aus. Bestimmt so einer hier, wanna be friends? Äh, ja, ich hoffe nicht. Ah, diese Bots, die gehen mir aber auf den Pinsel, ey. So. Ach, siehst du, falsche Taste wieder gedrückt. Äh, mal gucken, wie das jetzt läuft mit dem neuen, mit dem neuen Pornorechner hier. Ob er auch stabil läuft. Ja. Jo. Oh, ich werde... Ich wurde angeschossen. Ich auch. Da ist irgendwas an meinem Ohr vorbeigeflogen. Aber von wo hat der denn geschossen? Ich hab keine Ahnung. Ist auf jeden Fall links an mir vorbei. Achso, da oben ist die Schwarmmutter, ich wollt grad sagen. Ich bin mir nicht sicher, von wo hat der geschossen, ne? Ich hab nur Hunde da in die Richtung laufen sehen. Mhm. Aber nicht irgendwen. Der Typ ist auf jeden Fall sehr geduldig, weil er da drüben keinen aufschreckt irgendwie. Weder die Schwarmmutter, noch den dicken Hunde... Ah, ich seh ihn. Wo? Da sind zwei. Ja. Er hat gerade die... Das ist einmal bei... Der ist einmal hier drin und der andere ist hier reingegangen. Oh, ich muss mal wieder nachladen, das krieg ich ja wieder nicht gebacken. Oh, jetzt fliegen die Vögel weg. Oh, wo schießt er? Ach, der schießt den Dicken an, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier rüber laufe und sehe, äh, geradeaus, ähm... Weiß ja, wo er ist, ähm... Und dann schießt der aber von links, äh, das ist ja auch blöd. Ah, die Hunde greifen an, das ist gut. Glaube... Könnt gleich rauskommen, da. Meinst du, hier drin ist er? Ja, ja, da ist... Der ist da drin, genau. Der hat auch das rote Fenster dazu gemacht. Und der andere, sein Kumpel, ist denn da drin. Ah, okay. Oh. Mich nur wundert... Die Hunde müssten ihn doch auch angreifen, ne? Eigentlich schon. Ich schieße mal da hinten das Fass an. Gucken, ob ich eine Reaktion sehe. Hm. Nichts, ne? Nee. Wird auch sein, dass die sich schon wieder verkrümelt haben, da, aber... Ah, der Hund greift an, äh... Der ist hier in die Richtung gelaufen. Hm. Pass auf, ich bin mal mutig, ich renne mal rüber. Was? Ja, vielleicht, äh... Ja, vielleicht, äh... War's das dann auch, aber... Ja, da bring ich halt mit. Habe ich eigentlich Dynamit? Nee. Aber ich werfe mal was. Nein, das ist in Wasser gelaufen. Ah, du warst das, ne? Ja. Ja. Ich höre Hunde. Ja. Oh, ich hab'n Hund da geschossen, aber der Dicke hat den Hund platt gemacht. Echt? Das ist ja noch ein Köter. Ja. Ich mach' mal den Dicke drauf, wenn das geht. Ich will nochmal nachladen hier. Ah, wo sind die denn hingelaufen, die beiden? Das gibt's auch gar nicht. Oh, warst du das? Ja, der Hund greift mich hier an, der Hunde. Gut, klar. Ich lade mal nach, da müsste ich eigentlich den Dicke auch gleich platt haben. Und dann gehen wir da mal gucken, wo die sind. Gibt's ja nicht. Alter, wie verbraucht der denn, ey? Mann, 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 ey. So, mein Zwillingsbruder hier, der verträgt aber ordentlich. Auf jeden Fall hat er mal eine Figur. Ja, ich hab' nachgeladen. Oh, er ist umgefallen, sehr gut. So, dann können wir jetzt mal schauen. Der ist immer noch hier in der Butze, ich hab' ihn gerade gesehen. Okay. Und da hinten ist der andere. Oh, der hat mich erschossen. Aber ich hab' ihn zweimal getroffen. Sehr gut. Sind beide noch schlafen. Ah, scheiße, mit der Armbrust. Äh, zweimal hab' ich den getroffen, aber dann kam der andere, ey. So ein Lümmel. Aber, war cool. Aber wie lange, wie geduldig der ist, also. Wollte der da schlafen, oder? Ich weiß auch nicht, aber das kann ich auch echt gar nicht, ne, so ewig abwarten. Ja. Gerade, ich hab' ihm gedacht, ähm, also, wenn der da so lange drin bleibt, ich meine, okay, die war ja ganz gut, dass er dann rausgekommen ist, hat mich dann erschossen. Strategisch war das ja nicht schlecht, aber... Mir wär' das zu langweilig, irgendwie. Ja, aber der Erfolg gibt ihn recht, also. Das stimmt. D, 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 d. So, was nehmen wir denn mal? Rekrutieren wir mal. Oh, die Waffe, die hatte wenig Bums, muss ich sagen. Also, zweimal getroffen mit der Pistole. Und, oh, ich hätte gedacht, das haut ihn denn schon um. Dann nehm' ich mal lieber wieder meine 1873C hier. So. So. Nehmen wir den hier nochmal, genau. So säubern, sagtest du ja, ist ja nur für, äh, nur für die Optik, ne? Genau, also zumindest hab' ich das so gelesen. Mhm. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Du, wird schon... Eine Dynamitstange wär' gut gewesen, äh. Ja, ich hatte eine und wollte gerade werfen, da hat der, der draußen war, mich, äh, erschossen. Alter, Alter, ist heute schon Samstag? Ja, wahrscheinlich. Ja. Alter, du hast Fächer. Ja. Jetzt kannst du alle wegfächern. Mhm. Gerade mit der, mit dem Gewehr hier, das ist schon ganz gut. Na, mit dem Gewehr kannst du ja nicht fächern. Geht das nicht? Ah, ne, Pistole geht ja nur fächern, ne? Genau, das andere ist ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Stimmt, das war auch so ein Perk, den man später bekommt. Da kann man ja aus der Hüfte schießen, ne? Genau, genau. Das heißt dem wahrscheinlich Bechern oder so. Genau, von hinten Becher. Oh. Genau, ich hab' den wieder von hinten gefächert und dann. Hm. Wasser ist immer noch am besten. Wasser gut. Hm. Warte auf andere Spieler. Aber, äh, ich hatte bis jetzt kein, hm, also keine, keine Verzögerung oder so. Ist jetzt nicht gesprungen, also alles gut. Das ist super. Ja. Woran das jetzt liegt, dass es auf einmal läuft. Keine Ahnung. Also. Das ist ein Mysterium. Ja. Auch wieder so hier lang? Ja, find' ich super. Okay, prima. Man sieht diese komischen Zeichen jetzt irgendwie schlechter, find' ich. Hm. Gerade jetzt hier den, dass du gesetzt hast auf dem Grashügel. Ja. Das find' ich auch irgendwie. Ich hab' deine auch überhaupt nicht gesehen, obwohl du da immer mehrere gesetzt hast. Hm. Ja, das Spiel könnte nochmal ein kleines Update irgendwie gebrauchen. Oh, Immortal. Oh, ja. Find's halt gut, wenn man, oh oh. Wenn man, äh, irgendwie die Farbe davon ändern könnte. Ja, das find' ich auch geil, Finn. Das wär' auch cool, wenn du mit, äh, mehreren Teams spielst. Dann machst du auf jeden Fall, von wo, ähm, ja, das Dreieck kommt. Obwohl, Fremde siehst ja nicht nur, die vom Mitspieler, ne? Genau. Vielleicht war das bei mir auch. Ich hab' ja den Computer, äh, PC komplett auseinandergenommen und die Wasserkühlung neu verlegt und so. Hm. Vielleicht war da ja auch irgendwo, ähm, durch das Kabelmanagement irgendein Problem oder so. Das kann auch sein. Obwohl, jetzt steht hier auch wieder, du hast Probleme mit Paketverlusten, stimmst du denn bei mir. Aber, bis jetzt hab' ich keine Verzögerung, also. Der Mordler kommt. Nein! Boah, war das Glück. Alter. Weil ich hatte nämlich das Problem eben, war das auch noch Munition. Ähm, ich hatte nämlich mein, äh, mein Gewehr gar nicht geladen, ich schlumpf. Warte, ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen hier, dass man hier auch nachladen muss. So. Jetzt geb' ich mir nur ne kleine Spritze. Ja, sichtlich bei nem Shooter. Naja. Ach, unseren. Warte mal. Ne, oh. Alter, schlechter wird schon verbannt. Ui, das ging aber fix. So, jetzt hab' ich alles klar. Nochmal schön nachgeladen, ne? Alles klar, aufgedeckt hast du, sehr gut. Ne, hab' ich nicht, das, äh, hat sich aufgedeckt, weil der schlechter auf, schon geht. Ah, alles klar. Wir haben noch keine Punkte gekriegt. Ja, geh' mal zum nächsten, würd' ich sagen. Ja, das ist ja Cybermobbing. Oh, hab' ich den wemler? Muss natürlich auch zum schlechter gehen. Da geht's bestimmt richtig ab. Mhm. Ich hab' auch eben gedacht, der wär' aus dieser Richtung irgendwer langgelaufen. Das kann gut sein. Wau mal. Ist hier wieder so ein blöder Wasserteufel? Ne, wer liegt denn hier rum? Ein Zombie, ey. Ja, der sieht aber komisch aus. Ja, der hat ne Kugel in den Kopf gekriegt, aber das ist auch komisch aus. Ja, der stimmt auf jeden Fall. Oh, da gab's doch früher diese üble Seite, äh, rotten.com und so, da könnte man sich doch so was angucken. Ja, 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 scheiß. Ja, das war damals revolutionär, weil's halt neu war, aber, ähm, irgendwie auch abartig, äh. Ja. Jetzt gibt's bestimmt ohne Ende solcher Seiten. Hm, glaub' ich auch. Oh nein, Spinne wird auch schon verbannt. Alter, was ist denn da los, ey? Oh, oh. Alter, ich treffe mich richtig gut. Ja. Ich glaube, Mittwoch ist der neue Freitag, äh, der neue Samstag, ja? So wie die hier alle spielen. Ja, dann würde ich sagen, zu welchem Gehme mal? Hm. Mir egal, also wer ist denn näher dran? Liegt sich nicht viel. Ich glaube, äh, diese Gräber, ne? Also, quasi, äh, warte mal, Nummer 1. Was denn das Nummer 1? Achso, die Spinne, glaube ich, ist näher dran. Ja, dann geh mal da. Jo. Nun, jetzt schnell zum Wagen und rüste mich noch mal aus. Hm. Ich komme mal zu dir. Ja, der wird alles niedergemäht. Weil der 3 nicht auf dem Baum ist. Oh, ja? Munitionsbereits voll. Das ist ja mal nice. Oh. So, ich, Pistole. Ach ja, jetzt kann ich ja auch fächern. Äh, ist die Frage. Fächern war, gerade wenn die Gegner kommen, oder? Oder nehme ich das Gewehr? Ich weiß es noch nicht. Oh, oh. Alter. Alter, der hat mir zwei Balken weggebrannt. Boah. Das ging ja ratzfatz. Der ist aber auch flink unterwegs, der Onkel. Der Onkel E-Mortler. Na, die lassen wir mal. Ich will mal M drücken für die Map. Ja, genau. Oh, oh. Oh, scheiße. Noch ein Balken weg. Oh, Hunde. Oh, scheiße. Das war's. Boah, Juni. Ich muss mal Ruhe sein, hier, ne? Brauchst du eine Spritze? Nee, alles gut. Ich habe ja nur noch anderthalb Balken. Oh, okay. Alter, die haben sich das ganz schön besorgt, ey. Noch ein Hund. Oh, hallo. Mann, wo kommt der denn her, ey? Hier ist ein Nest, oder? Alter. Da sind noch viele Zombies unterwegs. Da ist schon Munition drin. Ja, hier eine kleine. Naja, ich schlage mal, weil die haben schon die Trophäe aufgenommen. Ah, ja, shit. Ich komme halt, der. Voll am Schlafen, ihr. Ich bin halt, also die haben mehr als die Hälfte von meinem Leben weggemacht. Ja, so. Ja, als der Hund kam und dann noch die, äh, dieser Zombie, da habe ich auch gedacht, oh, gleich kippt er um, aber hat er doch noch geschafft. Nein, es hat nicht viel gefehlt. Hm. Boah, jetzt kommen die hinter mir auch noch angelaufen hier, ey. Jetzt ist aber Ruhe. Ist doch keine Tupper-Party. Oh, ich gehe nicht mehr um den Pinsel, ey. Ja. Alter, die ballern aber ganz gut rum da. Mhm. Oh, mein Fächer ist auch aufgeladen. Sehr gut. Das ist gute Arbeit. Das ist so ein Zombie, ey. Boah, die Spinn-Trophäen sind schon weg. Okay. Shit. Ja, wir waren diesmal einfach zu langsam, ne? Das. Okay. Ja, gehen wir da in Richtung Ausgang, da werden wir dann sterben. Ja, genau. Oder können rausrennen, das ist ja auch mal ganz nice. Ja, ja, das meine ich ja, aber da werden bestimmt die, schon, also die anderen Jäger warten. Hm. Oh. Alter. Ich komme mir ja gerade vor, als wenn ich das erste Mal das Spiel spiele. Alle voll am Einsammeln, am Looten und zack, weg sind sie. Ja, also das war eine sehr schnelle Runde, das ging mir nicht richtig. Hm. Achso, ich habe mich gestern erschrocken. Ich habe ja vergessen, meine Monitorboxen anzuschließen, also die Kabel zu verlegen. Und den 32-Zoll-Monitor, den ich mehr gekauft habe, der hat ja einen Lautsprecher drin, das wusste ich gar nicht. Ich habe gerade drauf geachtet. Ich dachte, wo kommt denn dieser komische, lächernde Sound her? Oh, da kam der da her. Also von dem Monitor-Lautsprecher. Hm. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man jetzt einmal nur so einen Desktop-PC hat oder so. Ne, wenn man dir sagt, so man braucht alles andere nicht, ist das schon ganz nice. Aber da brauchst du auch nicht so einen Monitor, ne, ich meine. Es sei denn, du machst Grafikbearbeitung oder so. Ja, das stimmt. Naja, so, als Notfall solches ist es ja nicht schlecht. Hm. Ja. Vielleicht kann ich mir dann gleich noch einen Balken zurückkaufen. Ja, genau, stimmt. Aber eigentlich haben wir kaum Punkte gemacht. Hm, na ja. Ich glaube, Zombies gibt nur Kohle, ne, oder gibt das Punkte? Ja, es gibt Punkte, aber sehr wenig. Hm. Punkt, Komma, Strich, fertig. Ist das Mondgesicht? Hm, na 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 na. Cool, das ist ja morgen nur noch Donners, also morgen schon Donnerstag und dann ist ja Ruckzuck Wochenende. Ja. Das stimmt. Ja, 590 Punkte, na ja. So. Ach, 4 Punkte habe ich sogar noch. Kanalisierung habe ich genommen. Alles klar. Ja, dann kann ich das so lassen. Ist auf eine Gesundheitsspritze kommt noch hinzu. Genau. Ich konnte meine Balken wiederherstellen. Ah, sehr gut. Das ist doch schon mal sehr nice. Ja, Dynamitstangen habe ich jetzt nur die kleine, aber man kann ja auch irgendwie, wenn man die paar Mal wirft, kriegt man ja auch der neue. Ja, das stimmt. Hast du deine Perks gar nicht vergeben? Äh, 4 Stück hatte ich doch, die habe ich vergeben, ja. Ach. Ich hatte, ähm, irgendwie, Widerstandskraft, ne, Widerstandskraft war es nicht. Ich habe diesen einen Perk genommen, wenn wir das Rätsel lösen, dass der 50% meiner Gesundheit wiederhergestellt wird. Ah, ja, ja. Mhm. Achso, ich hatte mir heute Morgen neue Lattenroste bestellt. Die kommen wahrscheinlich Freitag. Muss ich mal gucken, dass ich die, äh, ich hoffe, die passen auch. Also für mein Bett. 90 mal Meter auf beiden Seiten. Äh, ne, äh, 90 mal 2 Meter. Mal gucken, müssen wir ja erstmal ausmessen. Ich habe die heute Morgen erstmal nur bestellt. Naja. Sonst musst du zusägen. Genau, ja. Ja, wahrscheinlich. Ne, ich hatte auch überlegt, war ich ja auch wegen meinem Rücken und dann tut das mal ganz gut, mal was Neues zu haben. Ja. Sagen, eine neue Matratze wäre da bestimmt ganz gut. Ja, genau, die folgt auch noch. Also, erstmal ich den wohl eher vom Weihnachtsgeld dann. Ich habe so viel Kohle ausgegeben in letzter Zeit, ey. Ich wollte sogar noch einen 20er auf der Arbeit geschmissen, also habe einen Döner ausgegeben. Dafür noch für, ähm, Mike und Jonas. So, ja, genau, da geht es geradeaus leicht neblig. Oh, hinter uns ist der Wagen, wir können direkt rausrennen. Oh, sehr gut. D, 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 d. Ja, ich werde mal gucken, dass ich das nix mache. Achso, ich gucke mal kurz. Alter, CPU-Auslastung 1,7% bei mir. Obwohl ich spiele und streame, äh, ist das krass. Ja, na klar, ich meine, wenn du überlegst, dass ich mit einem 10 Jahre alten Rechner das Spiel spiele. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass mit den, also, die Hardware, die jetzt zur Verfügung steht, das reicht noch für Jahre, weil die, ähm, ich glaube, vor allem wegen Konsolen wird das nicht wirklich weiterentwickelt. Hm. Also, diese Hardware könnte so viel mehr. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich fand das schon immer ganz cool, so, äh, zu Pentium 2 Zeiten gab es so ganz oft auch 64k Demos, 64k Spiele. Das war auch immer sehr interessant, dass die Leute dann schon aus so 64k rausgeholt haben, so Kilobyte, ne? Ja, genau, ja. Und, äh, wenn man die Ressourcen so ausnutzen würde, wie beim C64 früher, ne, wo man zum Schluss alles rausgeholt hat, oh, äh, hatte man richtig Power. Ja. Was sieht sich so an, als wenn hier irgendwie, ach, da, er, sei, was macht der, wer macht der hier Alarm? Ach, das ist noch eine kleine Muni. Und, zack. Ich habe mal den Dicken draußen angezündet. Den hat es zerlegt, auf jeden Fall. Ja? Ja. So, den habe ich jetzt auch immer zerlegt. Okay. So, ich will mir nur kurz drinnen die Muni. Hm. Ganz gut, kann ich in der Zeit nochmal nachladen. Oh, hier kommt man ja gar nicht raus. Das ist ja blöd, ich muss oben raus. So, da bin ich wieder. Wo geht's lang? Ich würde sagen, hier in die Richtung. Ich sind echt scheiße zu sehen. Hm. Irgendwie merkwürdig, aber warum auch immer. Aber ich finde, sie haben am Soundsystem gebastelt. Das gefällt mir. Das ist irgendwie besser geworden. Ja, das stimmt. So, auch wenn ich selber schieße, höre ich mal noch so ein Nachtzwischen aus meiner eigenen Pistole irgendwie so ein, äh, oder Gewehr. So ein leichtes, so ein Tju, als wenn eine an mir vorbeischießt, so. Oh, das ist sehr gut. Natürlich hier wieder gucken. Sonst hätte ich gleich wieder vor die Flinte läuft. Oh, aufdecken, ohne dass Gegner da sind. Das ist ja auch mal schön. Was? Ja. Vielleicht schaffen wir es ja mal zur Spinne. Das wäre schon ganz cool. Hm. So, mal gucken. Geradeaus, ja? Ja, würde ich auch sagen. Oh, hier haben wir auch schon einige Schlachten geschlagen. Oh, Hunde. Da sind sie. So, zick, zack, rüber ab. Wer nicht will, der hat schon mal. Lauf hier überhaupt richtig? Ja. Alter, dieser Nebel. Boah, das ist ja wieder nicht schön. Ja, richtig nice. Aber ich muss mich wieder ansehen. Ey, dieser große Monitor, ey, das ist echt schon krass. Ja, wie schnell man sich dann aber auch dran gewöhnt. Ich habe ja auch hier so ein... Also, es ist schon sehr groß. Ja. Und ich denke mir, naja, so ein bisschen größer könnte es schon sein. Ja, stimmt. Wurde ich noch besser sehen, aber... Irgendwann... ...sitzt man wie vor so einer Leinwand. Ja. Du hast ja auch ein, äh, 27 Zoll, ne? Ja, ich glaube, es ist 27. Mhm. Erst mein... Mein 4K hat ja... Warte mal. Achso, okay. Äh, mein 4K-Monitor hat ja... 28 Zoll. Oh, Gegner. Wo? Oh, ja, ich höre es. Das pumpt. Oh, ich wurde angeschossen. Das ist wie cool. Oh, ja, die sind hier. Oh, oh. So, da so. Ja, ich muss nur kurz verbinden. Hoffe, der kommt jetzt hier nicht gleich rein, ne? Habe ich ein Problem. Ah, schon wieder. Oh, Mann. Alter, und ich brenne schon wieder. Ah, unten ist der hier, Schweinehund. Da müssen wir mal zwei Spritzen gehen. Ja, warum, warum brummten das nicht mehr, aber... Ich habe dahinten gesehen, dass die unten waren. Ich habe keine Ahnung. Ist ja unten, ne. Oh, ja, ich sehe sie. Oh, die Spito. Äh, scheiße, wo sind die denn? Auf dem Feld draußen. Die, 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 die. Die, 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 die. Äh, da schießt einer von den. Oh, der war direkt hinter dir. Ah, da schießt, äh, da, die, da, da. Ja, lauft nur. Oh, man, da wusste man gar nicht mehr, wo, ey, wo kam denn hier, äh, mein, mein Spiegelbild eben her und hat mich da umrannt. Schade, gerade weil der Zombie den angegriffen hat, den hätte ich so gut wegflexen können, aber okay, der andere, der kam, der war natürlich auch, ähm, ja, der hat es mir auch besorgt. Genau. Der hat gesagt, komm mal her. Mhm. Dreh dich mal um, ich will dich fächern. Ja. So, gib wenigstens ein paar Points. Oh, nächster Freischau. Aushebeln. So, dieses könnte einigen Minuten dauern, mindestens ein Mitglied des Teams braucht für das Beantworten der Einladungsanfrage länger als erwartet. Willst du weiter warten? Ja. Oh, 1873 Heckenschütze habe ich freigeschaltet. Das ist ja schön. Dann teste ich die doch mal. Legen wir die mal ab hier. Obwohl, die Schalldämpferpistole behalte ich mal. Oder warte mal, ich nehme mal die Schalldämpferwaffe, äh, das Schalldämpfergewehr und spiele mal nur mit Schalldämpfer. Ja? Mhm. Mal gucken, mal testen. Ach, dann nehme ich auch sowas. Und bereit bin ich. Und wie bereit. Mhm. Din, 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 din. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die, die Serverkapazitäten irgendwie, äh, ein bisschen am Limit haben. Also, wenn das jetzt, äh, ich glaube, wenn die noch zwei, drei Server mehr hätten, wäre es wahrscheinlich besser. Naja, aber ich finde, früher musste man länger warten, bis ein Spiel anfing. Jetzt geht es eigentlich recht fix. Das stimmt, ja. Aber die Legs, die wir auch mal hatten, also, obwohl bei dir war jetzt schon länger nichts mehr, ne? Ja, richtig. Ich habe eigentlich gar keine Probleme. Ja. Ach, das ist aber echt seltsam, ey. Siehst du mal, siehst du mal, habe ich hier Hightech, aber, naja. Ja. Aber das erinnert mich so, ich weiß noch, ob C64, damals Jaina Sisters, war ja richtig genial. Mhm. Und dann habe ich es mal auf den Amiga gespielt, da war natürlich Grafik und so besser, aber das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Also, es gab ja Spiele, die grafisch dann besser waren und auch wirklich gute Spiele waren, aber, ähm, so ein C64-Spiel wie Jaina Sisters, das ist im Original besser gewesen, fand ich. Ja. Auch von der Musik her, ne? Das ist analoge und nicht so dieses extrem Digitale. Ja, wobei, also, das von Amiga kenne ich nicht, ich hatte nur das auf C64 gespielt. Hat auch 32 oder 33 Level, glaube ich. Und ganz zum Schluss kam dann irgendwie ein Drachen oder so, glaube ich, den man bekämpfen musste. Mhm. Was ich mal durchgezockt habe früher mit meinem Kumpel war, äh, Bubble Bobble. Das hat 100 Level und ganz zum Schluss kommt so ein Riesentyp, der musste immer, äh, irgendwelche Säcke und so, ähm, ähm, irgendwie mit Blitzen beschießen oder irgendwie so war das. War auch interessant. Ja. Ja, ich mochte ja dieses, ähm, Paratroids sehr gerne. Oh ja, das war auch geil. Das war, da hattest du auch erst angefangen mit so einem kleinen Druiden, so 131 oder so. Ja, ich glaube, das war sogar 001 oder so. Ja, genau. Und dann konntest du dich da zu, zu dem, äh, 900, was weiß ich, hoch. Stimmt, das habe ich auch gern gespielt. Das war auch geil. Da musstest du mal länger, ähm, die Maustaste gedrückt halten, damit du dich im anderen transferieren konntest und dann konntest du ja diese Schaltkreise irgendwie gelb und lila oder so immer für dich oder für den Gegner gewinnen. Ja, genau, ja. Ja, das war schon ziemlich cool. Mhm. Ich muss sagen, ich fand... Und Donkey Kong habe ich auch oft gespielt. Mhm. Was kamst du? Was... Ja, ich hatte, ähm... Was ich so richtig geil fand, war damals Elvira. Und mein Lieblingsadventure damals war Lords of Doom. Das war richtig genial, ey. Und dann war es ja so, du hattest ja früher nur die Powerplay oder so. Und dann konntest du am Kiosk gucken und ab und zu hat mal einer eine Auflösung oder so geschrieben, ne? Ja, genau. Oh, ich bin 100. Kennst du die ASM eigentlich noch? Ne. Ach, es gab ja früher so viele. Es gab ja ASM, war aktueller Softwaremarkt. Dann gab's die... Ah, warte mal, hier ist noch Munition. Ähm... Dann gab's die Computronic, irgendwie. War auch cool. Ja, früher gab's schon ein paar richtig gute, ähm... Zeitschriften, ja. Mhm. Dann gab's immer so Demos drin im Kram. Ja, ich weiß... Weißt du, früher konnte man auch, äh... Texte abschreiben, Assembler-Texte oder Basic-Texte und dann... Haben die nicht funktioniert, hat man sich mal geärgert, weil man keine Ahnung hatte, wenn's nicht gelaufen ist. Ach, das war ja grauser. Oh, da sind zwei Mitglieds. Oh, weiß. Hör mal. Ja, du sollst halt den Kopf treffen. Ach, da kommt einer angelaufen. Hat sie dir ein paar Käfer auf den Hals gehetzt. Ja, so ein paar... Grüne Spinatkäfer oder so. Oh, warte mal, da gibt's den Wagen, da hole ich mir mal zu. Mhm. Aber ist sehr leise hier, also nichts los, so. Nee, stimmt. Wenn man kein Ballern oder so. Oh. Oh. Sind das Hundi schon? Ja, ja. Hat er wieder da langstolziert? Na, jetzt nicht mehr. Okay, Munition. Okay. So, jetzt kann's weitergehen. Na, ist hier ein Wasserteufel drin. Das sieht gut aus. Jetzt wollen wir mal Nice, wenn das ein bisschen ruhiger ist. Ja. Aber verwirrend. Gleich macht's fang halt schon. Ja. Oh, da ist ein Mordplatz. Da ist viel. Oh, jetzt. Oh, der ist jetzt zu dir. Ja, der hat's ihn zerlegt. Oh, ist das hier drin? Ich glaube, ja. Hier ist noch eine Munition, falls du brauchst. Ah, da ist ja. Immer schön nachladen. Oh, da ist noch mehr Munition. Oh, das ist gut. Ach, meine Munition ist voll. Nein, nein. So. In die Richtung? Ja. Ist ja irgendwie das Einzige, was gerade so angezeigt wird. Ja, dann hier auch. Aua. Richtig, oh, sorry. Ich hätte gedacht, ich treffe die. Pferden. Hm. Wenn die richtigen Schüsse kommen, ich schon so eine Hornhaut gebildet habe. Ja, genau. Wenn du die Schüsse mit den Zähnen auffangen kannst. Ja. Oh, wir sind hier, wir sind schon mal. Ja, und der wird auch schon bekämpft. Ui. Das ist nice, da gehe ich mal hin, mach mal ein bisschen stumm. Mensch, ist hier irgendwo eine Öffnung, wo ich Dynamit reinwerfen kann? Oh, ich höre sie auf jeden Fall rum nach. Ich weiß nicht, ob man hier durch das Fenster hier hinten... Oh, hier kann man was durchhören. Ist doch einer erledigt. Einer ist gestorben, ja. Ah, äh. Man hört auch nichts mehr, dass er da irgendwie bekämpft wird. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Wahrscheinlich unten. Oh, nein, hier ist er. Der ist hier draußen. Der Typ. Oh. Oh, scheiße, ich habe mich angezündet. Yo, du Lappen. Da liegt da... Noch einer da? Ne. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Ist weg, der Dicke ist hinter mir her. Oh. Kommt der hier mit hoch? Ja. Ja, da drin ist einer und... ...und bekämpft ordentlich, äh. Aber das ist gut, da kann ich was reinwerfen. Ich werde da mal gleich... Oh Gott, ich werde verfolgt. Ich werde da gleich mal zwei Dynamitstangen reinwerfen. Aber wir müssen den dann nachher nur looten, ne? Den... Ja, ich habe den schon gelootet. Ich will erst mal retten, ne? Ah, der hat mich weggefächert. Der ist gerade oben bei mir. Scheiße, ich bin hier gerade woanders. Catville Conversion hat der. Oh, äh, du hast gerade gesucht, da unten. Oh, jetzt haben die mal einen Körper brennt, ey. Was soll das denn? Aber musst du aufpassen, er hat kein Fächer mit seiner Catville. Iiii. Glaube ich echt. Oh, scheiße. Oh, nein, ich habe keine Muni. So. Hat mich nicht gesehen. Alter, beste Leben. Wie geil ist das denn, ey? Ja, lauft nur. Ihr Feiglinge. Ich erinnere mich ein bisschen an Otto irgendwie. Hm? Ja, wir sind schon so der Experten. Ach, da guckt er. Jetzt habe ich ihn getroffen. Aber es hat nicht gereicht. Aber da muss noch eine weibliche Person sein. Ja, irgendwo sind die ja. Da. Das ist nicht nur einer, es sind ja zig. Uiuiuiui. Zig tausend. Ah, Hilfe. Nein. Alter. Ja, die gehen schon wieder ab hier. Von wo hat denn der geschossen? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, oh. Alter. Man, 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 ey. Kann nur noch Spatzen schießen. Ah, rechts ist einer. Ja, ich weiß. Und links und überall. Ja. Ach, jetzt kommt er auch noch. Der ist oben am Dach. Ah, den hast du sehr gut. Den hast du einen verpasst. Ja, aber hier rechts ist ja noch einer. Und ich weiß nicht wo. Wo ist denn der? Ui. Oh nein, du bist ganz tot. Oh, das macht nichts. Verdient. Ich muss ja auch immer unbedingt in diesen Fächer reinlaufen. Na, cool, dass du den weggemäht hast, ey. Ach, da ist er nicht drin. Arschlocher. Mhm. Ich glaube, die wollen nur deinen Körper. Das glaube ich auch. Alter, das nehme ich mal. Nice. Wow, das war sich jetzt sehr gut. Ja. Ui. Alter, geil. Das ist schon den zweiten weggemacht. Jetzt müsste auch einer da sein, glaube ich. Ja, die Frage ist nur wo. Ach, da. Schön, dass du einen Knalltraum hast, ey. Mist, hat man die gleiche Idee. Schade. Wäre ja geil gewesen. Die um den Baum laufen. Na, immerhin haben wir zwei, drei erwischt, ne? Alter, aber richtig gut, ey. Hut ab. Alter, unter der Bedrängnis so ruhig geblieben und dann bam, bam. Hm. Tja, kannst du nichts machen. Trotzdem nicht gereicht. Nee. Aber hätte eh nichts gebracht, weil du warst ja verbrannt. Das war ja scheiße. Ja, okay. Aber trotzdem, ich finde das ja auch mal geil, wenn... Weil das ist ja das Entspannende. Irgendwie man selber nicht spielt und guckt dann nochmal zu, ne? Was passiert gerade? Dann geht das ganz gut ab. Ja, dann ist es auch einfacher, ne? Ja, ja. Gerade du siehst dann auch die Gegner irgendwie auf einmal, ne? Ja. Vorher war man total blind. Na, immerhin. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn erwischt. Ich hab jetzt gar nicht... Mal Salamander, Martini, Henry, EC1 hab ich freigeschaltet. Was ist denn? Äh... Zwei Gegner steht hier. Zwei hast du getötet. Nice. Ja. Also zwei ist echt... Boah, schon cool. Aber es müssten eigentlich mehr sein, weil ich hatte zwei erschossen und du hast ja auch den einen erschossen, der auf mich geschossen hat, ganz am Anfang. Ja. Es kann aber sein, wenn die sich wieder... Ähm... Wenn die sich wiederbeleben. Wieder... Na, dass das dann wieder nicht gezählt wird oder so. Nimmst du wieder Schalldämpfer scheiße, oder? Ne, ich nehm diesmal wieder Krawumms. Na gut, dann mach ich das auch. Und jetzt hier nochmal ein bisschen Verbandzeug. Schönes Messerchen. Bestickungsbombe lege ich weg. Die habe ich kostenlos bekommen. Die brauche ich nicht. Dafür nehmen wir zwei Dynamitstangen. Okay, bereit. Kann losgehen. Sehr, sehr gut. Ja. Heute sind die Verbindungsabbrüche bei mir auch nicht so stark, ne? Wenn wir sprechen hier über Skype. Ja, das stimmt. Also, aber wenn es quasi bei beiden Sachen ist, dann kann es ja nicht am Spiel liegen, ne? Weil wenn die Server überlastet wären, dann hättest du nur mit dem Server Probleme, also mit dem Spiel, aber nicht mit Skype. Aber das ist ja oft, wenn wir spielen, dass du auch bei Skype dann verzerrt wirst. Stimmt, ja. Ja. Wahrscheinlich gibt es da auf dem Dorf halt keine gute Verbindung. Hm, vermutlich. Ja, wenn ich messe, dann bin ich hier die, also exorbitant, ne? Also, hervorragend. Ja, ja. Also, die Uni Braunschweig zapft sogar meine Leitung an. Ja, auf jeden Fall. Hm, 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 hm. Schöne meine Just-Svenny-Mütze auf dem Kopf. Das ist doch fein. Sehr gut. Hm. Oh, ja. Oh, es ist dunkel, ey, Mann. Und Hunde. Ja, und nur die Spinne. Ich habe immer das Gefühl, wenn man die lauten Waffen nimmt, dass die irgendwie mehr Dampf haben. Kann das sein? Ja, klar haben die mehr Dampf. Aber da eine Schalldämpferwaffe hat ja auch zwei umgenietet, also. Ja, aber das war eine Einschusswaffe, ne? Das war ja dieses Elefantengewehr. Ach ja, stimmt. Hätte ich da keinen Schalldämpfer dran gehabt, dann ist es fast egal, wo du den trippst. Fast, nicht ganz. Hm. Aber fast egal, die kippen dann einfach um. Man kann wirklich nur einmal schießen. Oh, oh, Hunde, komm. Oh, hey. Ah, da ist weg. Ah, da kommen noch mehr, ne? Ja. Ah, da ist noch einer. Ja, getroffen. Nochmal getroffen. So, weg sind sie. Da muss man sagen, da sind die so ein bisschen dämlich, ne? Also, ähm, jemanden anzugreifen und sich hinzustellen und dann, wie toll man ist. Und dann kriegt man einen auf die Mütze. Ja. Das ist echt so. Sei doch froh, sonst wären wir schon längst tot. Mhm. Und diese wollten, wie sie könnten, dann hätten sie schon aufgefuttert. Auf jeden Fall. Alter, die laufen hier aber hinter mir hinterher. Ach, das ist so. Warte mal, ist das nicht... Das muss hier drin sein, ne? Ja. Ah, ich seh's, ich seh's. Alter, hat er mich erschrocken. Ach, das ist ja noch... Ja. So ein Diamantenschmier hier. Oder hat er kein Brat rein gehabt? Okay, im Konzern ist er alles drin. Oh, ich hab' mich so erschrocken, ey, das tut ja gar nicht. Mann, 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 Mann. Hier ist auch ne kleine Munition noch. Ja? Ja, die großen ist auch ne große. Okay. Und ne kleine. Das ist ja... Viel besser. Das sind Gegner. Ah, scheiße, ich wollte grad abdrücken. Mann, ey. Wann, die haben so nen Tarnanzug an, ne? Ja. Da kommt ein Zombie. Oh, der wurde erst... Ne, ist ein Zombie. Alter, was ist das für ne Waffe? Der hat mich auch nur einmal getroffen. Eieieieiei. Nicht schlecht. Der war also... Mann, Mann, Mann. Unglaublich. Gleich tot. Der war echt gut. Aber wenn der so wieder ausgerüstet war mit seinem Anzug, das war ja auch so wieder so, glaube ich, so ein Prestigeding, ne? Also ein richtig guter. Ja, auf jeden Fall ein teurer Charakter, ja. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, definitiv. Das geht hier. Immer das gleiche. Dann kippst du um und dann... ...versucht man's wieder. Ja. Rekrutieren wir mal. Wir haben ja immer noch 4093. Ich nehm mal die Springfield-Hackenschütze. Ach, Nerf13 hat mich gerade gefragt, ob wir Lust haben mitzuspielen. Aber wir sind ja gerade am Handzocken. Bei was denn? Warte mal kurz. Mal gucken, welches Game. Hat er jetzt gar nicht geschrieben. Die Schaden, wir sind gerade am Handzocken. Und zwar, warte mal. Ich wollte gucken, was spielt der denn gerade? Aber ich mach mal hier zu. Müsste doch, wenn ich auf seinen Charakter gehe, müsste doch da stehen, was er gerade spielt, ne? Eigentlich schon. Ja. Ne, steht da nicht. Der hat letztes Mal, ähm... Was hat der denn letztes Mal gespielt? Irgendein Game, was ich dir auch geschenkt hatte, was wir auch schon mal spielen wollten zusammen. Die ist Deep Rock oder so? Kann das sein, dass das so ist? Kann sein, das kann man zu viert spielen. Das ist eigentlich... Also von den Bildern sah es echt cool aus. Hm. Ja, es ist, äh... Ich muss aber mit Jonas auch mal zocken, ey. Der fragt mich immer und ich lehne immer wieder ab irgendwie. Ja, warum denn? Ja, Zeit, ne? Ich hab ja Zeit für dich so. Ne, und wir hatten ja uns auch verbredet, aber... Aber wir hatten doch jetzt längere Zeit nicht gezockt. Ne, aber ich hab doch mal ein PC am Dienstag auseinander... Also Montag, Dienstag auseinandergebaut. Heute ist Mittwoch, heute zocken wir. Morgen geht's ins Fitnessstudio. Also, ne? Ja, warte mal. Das ist halt... Hm? Ja, kannst du gerne auch, aber auch mit ihm zocken, ne? Ich finde auch eine andere Beschäftigung. Ja, klar, warte mal. Ach so, Deep Rock Galactic. Äh, doch. Wenn ihr fertig seid und noch Lust habt, könnt ihr gerne mitmachen. Schreibt da. Ja, ich glaube, bei mir wird das heute nichts mehr. Ne, bei mir auch nicht. Aber das... Wir können ja wirklich mal das nächste Mal mit ihm das mal zocken, weil ich würde das schon gerne ausprobieren. Genau. Ich schreibe mal, lass uns mal die Tage zusammen zocken. Attila macht dann auch mit. Ja, ja, den Attila, den können wir auch fragen, da hast du recht. Ja. Ja, du hast es ja gesagt, du hast Bock, ne? Ja. Wenn ich das über deinen Kopf entwickle, äh, schreibe. Ah, ist schon cool, ne? So eine kleine Community hier, Alter, der hier am Stream zocken, willst du mitzocken? Genau. Na ja, oh, da ist es aber schon sehr blau. Oh, eine Einschusswaffe, Sven und eine Einschusswaffe, ey, das ist ja... Ja, mich hat es auch gewundert, so ein bisschen. Ja. Also klar, die hat, äh, wenn, wenn die trifft, dann trifft die richtig. Ja. Ähm. Oh, da, da ist ein Innovator, oder Immortler, oder was weiß ich, wie der heißt. Ich hole mir den mal. Selter. Ein bisschen knapp. Ja, ja, gerade, der kam auf mich zu und lief und lief und lief und... Der ließ sich gar nicht mehr stoppen. Das ist frech, auf jeden Fall. Oh, Mann, ey, ich treffe gar nicht. Oh. Oh. Igna. Oh, da kam die noch mit angeflogen, hinter mir. Ja, die müssen wohl von hier kommen, oder? Ja, werft mal schön rein hier. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier rumlaufe, ist das auch nicht gerade clever. Ich sollte das mal so machen, wie du. Ja, ich habe nur keine Ahnung, wo die sind. Vorhin hat man die noch ganz gut gehört. Ich hätte Dynamit werfen können, aber... Wenn ich das rauswerfe, wissen die ja, wo ich bin. Ah, hier läuft Anna lang. Ah, sehr gut. Hier ist einer. Oh, shit. Ich habe einen gesehen. Noch einen. Oh, und ich bin tot. Ui. Das war doof. Nur hier rauszurennen. Da ist er. Ach, scheiße. Ah, keine Chance. Wir sind so schnell, ey. Ja, ja. Ja. Geht ab. Genau. Ja, aber bei mir ist das auch so, wenn ich jetzt so mit dir, jetzt sagen wir mal, wir spielen noch bis acht, dann haben wir ja unsere zwei Stunden voll. Da bin ich aber auch platt, ne? Also, das ist so, dann können wir mich nochmal schön entspannen. Ja. Wobei, wir können ja auch letzte Runde jetzt und dann gut. Ja, können wir auch machen, also. Oder hast du länger Bock? Also, ich würde auch bis acht machen, aber wenn du jetzt sagst, so, es reicht, dann können wir mal das auch machen, also, das wäre jetzt so nicht. Ja, wir können das mal machen und gucken. Ja. Peng, peng. Peng, peng, peng. Hast du überhaupt jetzt mit Ton aufgenommen oder hast du es wieder ausgenommen? Nee, diesmal klappt alles, also. Sehr gut. Ich habe auch extra profimäßig vorher geguckt, was ich da mache. Na, also. Das ist ausgezeichnet. Hm. Wo nimmt der denn die, ah, jetzt hat er sie, mit dem die Wimpf. Ja, aber bei. Hm? Ich muss jetzt auch voll rumklicken, damit er überhaupt was macht. Ja, der hat bei mir eben die, ähm, beim Kaufen die Fächer gar nicht gefüllt, irgendwie. Ja. Und ich konnte keinen Jäger kaufen. Alter. Das gibt's. So, was nehme ich denn diesmal? Ich weiß gar nicht. Ich bin unentschlossen. Du nimmst keine Schalldämpferwaffen, ne? Nee, diesmal nicht, also. Aber du bist ja jetzt Rang 89 schon. Das ist richtig gut. Da kannst du mal sehen. Ja. So, das hier nehme ich noch, das nehme ich noch, und dann bin ich bereit. Mann, die haben uns da richtig rausgejagt. Das war wie so eine, ähm, wie nennt sich das? Eine Hetzjagd, oder? Ja, sowas. Treibjagd, ne? Ja, auch sowas, ja. Ja, es ist schon, ähm, bewundernswert, wie manche Leute, wie gut die spielen können halt, ne? Ja. Aber okay, wenn der, wenn ich jetzt, oder du jetzt auch nochmal vier Jahre länger zocken, ich meine, ich hab auch lange Pause gemacht. Und, ähm, okay, ich war schon wahrscheinlich noch nie so der richtig gute Spieler. Aber, ähm, dann ist man ja auch trainierter oder so. Ich merke auch jetzt, dass ich in das Spiel viel besser reinkomme. Wenn ich überlege, wie, ähm, ja, wie übel das war, als wir das erste Mal jetzt gespielt haben hier letzte Woche. Oder was, diese Woche? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, letzte Woche muss es gewesen sein. Ja, ich glaube, letzte, ja. Ey, da bin ich am Anfang gar nicht klargekommen. Ja, das stimmt. Also, ich auch nicht. Das war schon... Jetzt haben wir wirklich schon mal wem getroffen. Genau. Aber ist schon geil, ne? So ein Spiel, was halt auch viele Mitspieler hat, viele Gegner. Ähm, also viele Leute auf der Map oder so. Wäre ja schade, wenn man irgendwann feststellt, man will das Spiel starten und es kommt keiner auf dem Server, weil... Ja, das wäre richtig krass. Ja. Ich meine, es ist ja auch nur ein Multiplayer, dann kannst du es ja wegschmeißen. Ja. Wobei ich irgendwas gelesen habe, die planen auch so ein... Wie nennt sich das? Kein APVE-Server oder sowas. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, ohne Gegner zu töten, also ohne menschliche Gegner. Mhm. Wäre vielleicht auch cool, wenn man Zombie spielen könnte oder so. Ja. Wird zwar unfair so, aber... Ich würde sagen, gehen wir mal da lang, oder? Ja. Wenn ich was sehe, dann ja. Ja, obwohl wir sind so im Dunkeln, da sehen wir auch wieder nichts. Ah, jetzt. Ja, doch, jetzt sehe ich was. Aber wo ich gerade das Säubern der Waffe... Ich kann mich noch erinnern, als wir von der Bundeswehr im Biwak waren, also draußen im Wald, und das G3 war ja ziemlich viel Eisen dran. Das hat ja irgendwann gerostet. Und ich bin dann einfach nur mit Öl drüber gegangen, weil das Ding wieder in Ordnung kam. Weil das war echt unglaublich. Also wie lang lebe ich auch, ne? Ja. Oh. Nice. Ich habe eben gerade hier nochmal einen Hund platt gemacht. Ein zweiter ist hier, glaube ich, nicht in Sicht. Ach, Zombie hier. Ich dachte schon, was hechelt mich da denn an? Was hechelt mich da? Ich wollte nur ein bisschen an dir knabbern. Hm. So. Ach, hier geht's ja rein. Aua. Da habe ich mir die Nase im Mikro gestoßen. Yo, aufgedeckt. Oh, jetzt zerlegt sie. Ja, das hat tatsächlich geklappt. Ich bin überrascht. So, wo wollen wir denn lang? Ich weiß nicht. Hier lang? Ja, das sieht gut aus. Ziemlich nah an. Keine Schwarm-Mutter? Das ist ja, deine Headshots sind aber echt faszinierend. Also, die hauen ja richtig was weg. Ja, ich habe jetzt wieder den Elefantentöter für die Runde geholt. Hm. Hm. Was ist die Wand? Alter, er hat auf einmal gebrüllt und ich dachte nur, renn ihn geradeaus und nehmen dir einfach nur, dreh dich um und messer ihn. Alter, da hatte ich noch den Reflex, diesen Zombie mit dem Beil irgendwie umzuklatschen. So, da lang oder? Ja, wir könnten auch da lang. Au, au, okay. Ei, der hat die gleiche Waffe wie ich, Arsch. Was, dich hat er auch getroffen? Ja, ja. Alter, der hat krass durch mich, hat er dich auch noch getroffen. Was ist das für eine Waffe, ey? Das ist das gute Elefanten-Dings. Oh, oh. Läuft der da lang? Mensch, du bist, ich hab keine Zeit für dich. Alter, das hat richtig pank gemacht, ey. Ja. Da ist er. Ich hab ihn gesehen. Oh. Hier gleich? So? Genau, da, da. Mhm. Da ist er. Alter. Das ist ne gute Waffe. Mann, 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 ey. Mann, ey, ich bin auch ne Kartoffel. Aber dann geht's dir bestimmt wie mir, ne? So, voll spannend, was macht der jetzt? Und dann, oh, schade. Muss man selber nicht sich anstrengen. Ja, definitiv, das ist immer ganz entspannt. Ja. Ruhig nur eine machen, oder? Ja, ja. Okay. Na, deine 1650 will ja auch mal gefordert werden. Genau. Aber mega geil, dass das funktioniert, ey. Ich möchte ja nicht wissen, was ich hier noch für Potenzial in der Kiste habe. Definitiv, ja. Ja, ein bisschen schade, ne? Dass in dieses Gehäuse die 1060 halt nicht reinpasst. Mhm. Weil ich hab ja noch eine rumliegen. Oh, Cadwell Rival 78 freigeschaltet. So. Und gewachste Dynamitstange habe ich freigeschaltet. Auch krass. Oh. Obwohl ich gar keinen Dynamit mehr, ähm, geworfen hatte bis jetzt. So. Dann nehmen wir nochmal Verbandtasche. Ach wohl, warte mal. Die lege ich mal ab, die kann ich mir später aufheben. Und zwar, äh, diese Brandbomben sind zwar nicht schlecht, aber ich nehme mal zwei gewachste Dynamitstangen. Die haben richtig Dampf. Yo. Ich bin bereit. Jetzt wird's richtig abgehen. Ja. Da bin ich einfach umgekippt. Aber das ist schon krass, ne? Dass der, der hat mir einen Headshot wahrscheinlich verpasst. Die Kugel ist durch mich durch und hat dich auch noch verletzt. Ich erinnert mich an John F. Kennedy, an diese magische Kugel irgendwie. Die auch in den Präsidenten eingedrungen ist und dann quergeschlagen ist und dann irgendwie noch, äh, einer am Daumen verletzt hat und vorne in den Fahrer oder so. Auch krass. Ja, das ist schon komisch. Wie die Kugeln so fliegen. Mhm. Aber cool, ich hab, äh, nur eine Elgato-Lampe an. Das scheint komischerweise eher ein bisschen Bildrauschen ist da, aber nicht so viel. Mhm. Also ganz leicht. Äh, kann ich ein bisschen Strom sparen. Bildrauschen vom Greenscreen oder was? Mhm, genau. Wenn du, ähm, zu wenig beleuchtet bist, dann hast du halt so ein leichtes Grisseln. Aber das siehst du ja kaum. Ah, ja, ja, ja. Nur das ist halt... Das war früher in diesen 90er-Jahre-Filmen so geil oder 80er, ich weiß gar nicht. Mhm. Ne, ich weiß gar nicht. Ne, 90er muss das schon gewesen sein, wo, äh, man so richtig gesehen hat, um die Haare so einen weißen Schleier oder so. Genau. Also, was ich zum Beispiel fand war, Terminator 2 war grafisch richtig, richtig gut. Aber danach kam sowas wie Jumanji oder so, wo man dann gesehen hat, oh, der Löwe war aber eine Grafik, ne? Mhm. Das fand ich auch mal blöd, wenn man gesehen hat, ähm, was, dass das eine Grafik war irgendwie. Oh, ein Rudelhunde. Ja. Ja, das stimmt. Das ist ja auch, auch wenn man sich so Alien 1 noch anguckt, da ist ja, da sind ja richtige Alien-Puppen. Mhm. Und später ist es Computer gemacht. Ja, das ist wie bei Star Wars, ne? Der war ja Yoda auch eine Puppe. Und, äh, später war er im Computer animiert. Also jedenfalls in den Episoden, äh, 1, 2 und 3. Find ich ja auch ein bisschen blöd. Ja, das stimmt. Aber das ist schon so, dass manchmal das Analoge so seinen Charme hat, ne? Definitiv. Ich find auch dieses, äh, ich weiß gar nicht, das Neueste oder ich weiß gar nicht welches, ähm, Spider-Man, das sah auch so komisch aus, der, also ne, dieser Charakter, den sie da gemacht haben, der war so gelenkig, also der war so wie Gummi. Mhm. Und das sah dann echt eigenartig aus. Ja, ich finde, so teilweise übertreiben sie es dann auch. Also, mit ihren CGI-Effekten. Jo. 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 hey immer lang ich dachte was ist das denn für einer ja man weiß dann auch mal gar nicht ob man ob du den dann siehst oder ganz oft so wie ich auch mal froh wenn du denn schießt man kann ja nicht schauen so dass man die mordlein auf weg getroffen ja die haben echt am soundsystem gearbeitet also so mein eindruck klingt alles richtig richtig gut ja das stimmt alter und ich habe nicht einmal ein aussetzer gab bis auf dass er mir angezeigt das war alle brumm pakete das ja was ich sehe ja hier ist er lang gelaufen aber ich gucke mal da draußen er war ja komisch der hat ja nur da gestanden nichts gemacht einer ist doch nicht mehr oder ist nur der eine vielleicht wie sah deiner aus dass personen auch sind dunkler der ist hier draußen vielleicht hatte der auch connection problems ja das kann sein ja genau das ist auch nicht mal ein lösen deshalb mir vorbeigelaufen und durfte hat sich abschießen lassen mehr oder weniger jetzt war irgendwann geschossen wo die richtung ja hier gibt es muni falls die hier habe ich mir geholt ist auch noch eine kleine oha wir sind irgendwie schrecklich diese hunde meine wenn man hier sieht wir haben ja die spinne schon aufgedeckt ja damals ja gott ist mir gar nicht aufgefallen ja das erste knacken ist auch sehr realistisch gemacht auf jeden fall ziemlich an die ist ein zombie dachte ich da wäre ein gegner das mal bestimmt auch noch munition ist gut ach das ist die scheiße wieder hinten wo ich nie weiß wo man da reinkommt ich kletterte das ist ja direkt hoch war ich auch weil da läuft nämlich unten im mordlar rum schnell hoch das ist echt ja sie sehr im mordlar gerade wenn der ein sieht und also los schreit er kriegst ein herz ich höre die europäische und da angezeigt Ach, ich bin vielleicht drinnen. Ja, ich höre sie. Ja. Ja, hier ist sie. So, ich nehme schon mal eine Dynamitstange. Ich habe auch eine geworfen. Scheiße, das hat nicht geholfen. Oh. So, ich werfe auch noch mal eine rein. Ja. Oh, das Fass hat sich angezündet. Das Fass explodiert gleich. Alter. Ja, war flink unterwegs hier. Wie immer. Ja, bestimmt wieder. Scheiße, jetzt kommt man hier nicht mehr raus. Das Fass. Ich bin schon wieder an so Rockstar getrunken hier. Wo ist sie, wo ist sie? Was ist das, was ist das? Mensch, hier brennt es. Lauf doch da mal rein. Ah, hier ist doch da. Ja? Ja. Aua. Oh. Aua. Oh Mist. Oh, jetzt kommt man endlich ein bisschen raus. Ja. Ja. Alter, sehr gut. Wir haben sie gleich. Oh Mann, Herr. Aber noch nicht ganz. Ne, fehlt noch ein bisschen. Vielleicht zwei Schuss, würde ich sagen. Los. Äh, zeig dich. Ah, jetzt ist er da lang gekrabbelt. Ja, ich bin sie. Ah, super. Sehr nice. Der Immortler, alter, der Immortler, kommt der hier rein oder brennt das draußen nur so? Ich glaube, es brennt nur draußen. Ich würde sagen, er wird schreien hier. Ja, der schreit ordentlich. Mhm. Hört sich so an, als wenn er sich quält oder so, ne? Oh, Medi hat eine Trophäe aufgenommen, okay. Krass, ich habe das gar nicht... Oh, hier ist eine Kasse oben. Oh. Ja, wieso, wenn es um Geld geht, Sparkasse, da renne ich doch gleich nach oben. Auf jeden Fall. Oh. Ich habe das gar nicht mehr gesehen, dass sie den Assassinen schon gekillt haben. Ja. Echt sehr fix, ne? Ja. Ah, du bist das. Ich dachte schon, oh, wer läuft da die Treppe runter? Ich will noch nicht sterben. Ja, und Munition? Ja, doch hier. Hier draußen auch. Sehr gut. Aber schnell wieder rein, falls wer kommt. Aber ich meine, jetzt geht es ja schon. Aber als wir das das allererste Mal geschafft haben, einen Gegner zu töten, einen Endgegner. Ey, sie verkrampft, wie in dieser Hütte standen, ne? Ja. Tausend Tode gestorben. Stimmt. Aber noch 54 Uhr, Verbannung ist bald on point. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, wenn man rauskommt, auch, es ist gar nicht so weit. Im Westen einfach raus. Oh, das ist gut. Wahrscheinlich verbrennt mir dann der Immortler unterwegs den Hintern. Der ist auf jeden Fall richtig auf Krawall gebürstet, ne? Ja. Müssen wir eigentlich anzeigen wegen Ruhestörung. 77 Prozent. Oh, das wird ja schon wieder spannend hier. Draußen wird schon geballert, ey. Das Elend kommt immer näher. Ich werde die Jäger zum Gejagten. Ja. Oh, Alter, der soll sich mal schneller verwandeln, ey. Der hat ja einen Upload von 56 Gramm-Modem. Ja, mach schneller. Profil gehört mir. Ich hau'n hier ab. Ich mach mal Blick, wa? Ja, hab ich auch gemacht, ist keiner da. Ah, sehr gut. Erfolgreich Runde, würde ich sagen. Also, eventuell. Ja, mal schauen. Gott sei Dank sind wir im Immortler gut vorbeigekommen. Ja. Der kann ätzend werden. Oh. Wo uns dann was geschossen wurden. Ich, das Gefühl, es war hinter uns. Ich guck noch mal kurz. Hm. Habst du mit niemanden? Meine Lunge pfeift. Oh. Oh, schnell weg. Oh. Ey, auf der Flucht und im Wasser, ey. Das ist so grausam. Das geht mal ratz, hatz. Ist dann vorbei. Ja. Ist man auch so voll ausgeliefert. Hm. Ich, ich seh das gut. So. So, ich hab noch zwei Sekunden. Ich versteck mich mal hinter dem Boot. Ja. Und dann guck ich mal in die andere Richtung. Es sieht sehr gut aus bis jetzt. Ja. Du hast recht. Wir haben's geschafft. Alter, wie geil das immer war, wenn ein Gegner kam. Tütüt. Ja. Jawoll, eine sehr nice Runde Ja, und perfekt, es ist 5 vor 8 Stimmt, die Zeit verging jetzt aber schnell Ja, fand ich auch Ja Ach, herrlich Ich werde mir gleich noch ein schönes Glas Wasser gönnen Und dann werde ich mich mal richtig schön entspannen Sehr schön Wobei, die Folge kann ich dann ja jetzt auch auf YouTube exportieren Genau, sehr gut Ist echt praktisch, ne, wie Twitch das gemacht hat Ist auf Exportieren Dann exportiert er das schneller als dein Upload Und du musst dann, sag ich mal, nur noch die Thumbnails, Keywords hinzufügen Und dann ist, ja Ist ja richtig nice Das ist wirklich praktisch Ja, und ich glaube, wenn man Partner ist, hattest du ja erzählt Dann 48 Stunden oder so, ne? Ja, ich weiß, es kann sein, ja Bin mir auch nicht ganz sicher, ob das Also Oh, Alter, das gibt ja aber Erfahrungspunkte Ein Dollar hat 1000, über 1000 5066 Erfahrungspunkte So, jetzt gucken wir natürlich mal in Echtzeit die Perks an 6 7 8 9 10 11 12 Alter 13 Boah Alter, 18 Alter, wie viele Perks haben wir denn bekommen? Was haben wir denn getan? 21 22 22 22 Perks, die wir vergeben können Also Punkte, ne? Ja Ja Ja, ist schon nicht schlecht Alter, und dann habe ich freigeschaltet Ghoul und den Schlagring habe ich freigeschaltet Alter, fett Und Freischaltung, Signalfeuer Hurra Okay, dann werde ich meinen Jäger jetzt fürs nächste Mal nochmal trappieren hier Und dann vergebe ich noch die Perks und dann sind wir durch für heute Und dann ist es geschafft Mhm Ist ja auch kein Druck da, ne? Also Ich streame Wir zocken Ich drücke da auf das Stream Deck Startet Wenn einer guckt Guckt einer Wenn keiner guckt Ist auch schön Also Ja Alles gut, also Man hat echt keinen Druck, ey Das finde ich echt super Das stimmt So Dann nehmen wir mal drei hier Oh, Fächern Alter, Fächern ist aber teuer geworden, ey So, jetzt habe ich noch sechs Drei hier Und drei da So, zurück zur Lobby Okay Okay, du hast ja schon verlassen, ne? Ja Okay Dann melden ich mal den Stream War ein neister Stream Hat trotzdem Spaß gemacht Geile Game Runde Auf jeden Fall Ja, würde ich sagen, so